Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer Einheit, wo wir jetzt ganz viel Licht und Reinigung und Stärkung in unser Herz bringen wollen. Wenn wir uns ein bisschen beschäftigt haben mit der TCM, dann wissen wir, im Herzen steckt Depression, da steckt Unruhe, da stecken auch Übererregtheit und oft ist dieser Stress, den wir so haben, auch ein Ort, der sich dann eben am Herzen oder eine Situation, die sich am Herzen ablagert und dann wird es irgendwie enger, dann wird es unruhiger und wir merken, wir sind leicht aus der Ruhe zu bringen und unsere Gedanken kreisen vielleicht und da wollen wir heute rein gehen, da wollen wir heute rein spüren, was da alles so drin ist und ganz viele Übungen machen. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, ihr habt ein Plätzchen gefunden, wo ihr euch entspannt hinsetzen könnt, hinlegen könnt, hinstehlen könnt, was auch immer euch jetzt gut tut. Das Stehen tut zwischendurch auch sehr gut. Ich stehe zum Beispiel, ich hoffe, ihr habt auch einen Schluck Wasser oder etwas eben euch Wohltuendes zum Trinken noch einen Schluck zu nehmen vorher, dann können wir auch schon starten. Ja, lasst uns mal einfach ganz entspannt unsere Hände auf unser Herz legen, um einfach mal zu spüren, was ist denn so in uns, was tragen wir gerade, was tragen wir gerade aus, was kommt gerade so durch uns durch. Was spüren wir auch so von außen? Gelegentlich ist es ja nicht unsere Unruhe, sondern es ist all das, was so außen kommt, was wir spüren. Und so wollen wir gleich einmal in uns, in unserem Herzen ankommen, auch Hallo sagen zu unserem lieben Herzen. Hallo, mein liebes Herz. Wie geht's dir? Ich liebe dich. Ich bin dir so dankbar für deinen unermüdlich bedingungslosen Dienst, für deine Kraft, für deine Ausdauer. Danke, danke, danke. Wie geht's dir, mein liebes Herz? Und vielleicht kommen euch so Themen gerade, die so in den letzten Stunden waren, in den letzten Tagen da waren. Das ist alles in Ordnung. Wir wollen jetzt ein Feld aufmachen, das alles nehmen kann, transformieren kann, das unser Herz weiter reinigen kann, öffnen kann, stärken kann. Und dazu wollen wir ganz besondere Kräfte nutzen, die nicht nur in uns kommen, aus uns raus selber rauskommen, sondern eben auch aus der Kalligrafie. Die Tau-Kalligrafie ist ein ganz besonderer Zugang zu enorm heilsamen Bodenfrequenzen und Schwingungen. Und so bitte ich gleich jetzt die Tau-Kalligrafie neben mir, die Tau-Kalligrafie, da die größte Liebe, dass sie jetzt ihr heilsames Feld für uns aufmacht. Ihre Tau-Kalligrafie, da die, öffne dich, bitte. Er schaffe für uns alle jetzt diesen heilsamen, sicheren Raum, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns auch trauen, unser Herz zu öffnen, wo wir uns trauen, da reinzuschauen. Oft gehen wir so drüber, weil alte Schmerzen vielleicht da drin versteckt sind, alte Verletzungen versteckt sind, die wir irgendwo begonnen haben, auszublenden, gar nicht mehr zuzulassen, dorthinzuschauen, weil es war ja schmerzhaft. Aber wenn es noch da ist, dann soll es ja raus. Was bringt uns das, das im Herzen zu halten, zu speichern? Es darf ja gehen, es darf ja heilen. Ich möchte die Tau-Kalligrafie, da ich die jetzt kurz für uns nachfahre, uns diesen Raum schenken, diesen Raum, wo wir uns sicher fühlen, offen fühlen können, frei fühlen dürfen, wo wir eben fühlen dürfen, wo wir sein dürfen, hier und jetzt, genauso wie wir es sind. Und wenn du feinfühliger bist, dann kannst du es vielleicht spüren, dass da jetzt eine sehr schöne, wohlige, angenehme, schützende, tragende, lehrende Energie jetzt zu dir kommt. Und aus den jahrtausenden alten Weisheiten der DCM wissen wir, dass das Herz Seele und Geist beherrte. Das heißt, auch unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein, vieles mehr und auch unseren Geist können wir liebevoll begrüßen, hallo sagen und auch schauen, wie es Ihnen geht. Hallo, mein lieber Geist, also mein Denkendes, mein Bewusstes. Ich liebe dich, ich danke dir. Wie geht's dir? Bist du aufgebracht, bist du unruhig, bist du sehr aktiv im Analysieren, Vergleichen? Oder konntest du dich gut entspannen und bist du in der Ausgewogenheit, in der Ruhe? Und da können wir uns selbst beobachten. Zum Beispiel nur den gestrigen Tag, gab's Vergleiche, die wir gemacht haben, gab's Bewertungen, gut und schlecht, gab's Gespräche, die emotionaler wurden oder war alles im Balance? und war ja alles so in einem Gefühl, dass ich bin einfach interessierter Beobachter. Und da war sehr spannend, was da alles passiert, weil ein schöner Zustand ist der, dass wir wirklich diesen Film, der in unserem Leben, der in unserem Leben für uns gespielt wird, vor uns, rund um uns, in uns, einfach mal als Zuschauer beobachten beginnen. Ohne, dass unser Geist jetzt auf jede Situation eingeht. Und da hat er das wahrgenommen, und das war komisch, und die Menschen waren irgendwie seltsam, und da, 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 da. Einfach nur durchs Leben zu gehen, und interessiert, zu einer kindlichen Leichtigkeit, vielleicht sogar spielerisch verspielt, einfach zu beobachten, was, wie man für mich gesagt hat, das Leben für mich kreiert. Und ob ich jetzt Leben dazu sage, Himmel dazu sage, Gott dazu sage, hat jeder so seine, sein Verständnis dazu. Und der Geist ist schon ein Schlüssel für uns, weil er entweder Neues, Positives kreiert, indem ich in Situationen Liebe schicke, Wertschätzung schicke, in Situationen, die mich belasten, in die Vergebung gehe, oder ich bin mitfühlend. Das heißt, er kann ganz viel Positives erschaffen, über die Gedanken. Und ebenso kann unser Geist ihm auch ganz viel Neues, Blockierendes erschaffen. Vielleicht kannst du das wahrnehmen. Wow, so soll ich das gar nicht bekommen, dieses Bild. Das heißt, dieser Film, der für uns da so läuft, da draußen, mit all den Schauspielern, die da im Leben sind, bei uns, die ihre Rollen übernehmen, uns zu trainieren, uns zu entwickeln, uns in Aufgaben zu führen. Unser Geist holt sich das noch tiefer in uns hinein. Das heißt, eigentlich wäre es ein Film, der so vor uns abläuft. Und unser Geist beginnt aber festzuhalten. Und beginnt es zu manifestieren, beginnt es zu halten, beginnt es zu bewerten, beurteilen, anstelle, dass es nur vorbeiziehen lässt. Und so für mich, in meiner Betrachtung, ist es eine Riesen-Energie-Verschwendung. Da hat ständig was zu bewerten, ständig was zu beurteilen. Oder eben auch, vielleicht kennst du das aus dem Büro oder anderen Situationen, wenn Menschen ständig in diese Negativ-Schleifen kommen. Das ja auch im Zuhören kostet so viel Kraft, anstelle das einfach ganz entspannt vorbeiziehen zu lassen. Und so können wir unserem Geist eben auch diese Botschaft geben, mein lieber Geist. Du hast die Kraft, vollkommen in die Ruhe zu kommen. Du hast die Kraft, vollkommen in die Freiheit zu kommen. Wie schön ist das? Du hast die Kraft, dich freizumachen von allen Bewertungen, allen Vergleichen. Mach deine Sache gut. Und damit nutzt man schon was Großes, nämlich die Seelenkraft. Wir geben positive Botschaften. Und so ist auch unsere Körpersseele im Herzen. Und wir wollen unserer Körpersseele zuhören. Hallo, meine liebe Seel. Ich liebe dich. Ich danke dir, dass du da bist und diese Inkarnation angenommen hast. Wie geht's dir? Gehen wir einen Weg, der deinen Seelenaufgaben entspricht? Ist es der Weg, den wir gerade gehen, den du dir wünschst, um in diesem Leben zu wachsen, weiterzukommen, um es Gutes zu tun, Altes zu transformieren? Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir den Weg gehen dürfen in der tieferen Verbindung zum Himmel, zur Quelle. Und so können wir rein spüren in unser Herz. Was ist da? Der Geist, der vielleicht unruhig ist. Die Seele, die auch unruhig sein kann. Ist gerade was Karmisches spürbar, was uns in Lernaufgaben führt, in Herausforderungen führt? Einfach ganz neutral. Und wenn wir uns noch eine nächste Kraft zunutze machen wollen, dann können wir nicht nur das Schwingungsfeld der Kaligrafie nutzen, das einfach jetzt auch da ist für uns, uns nähert, uns hält, sondern wir können auch Klänge nutzen, die uns stärken, die uns aufbauen. Und aus dem wundervollen Buch des Mediziners und weltweit bekannten auch Heilers, Dr. Shigang Shah durch das Heilungsfeld der Bauchkaligrafie, können wir so viel lernen. Wenn wir uns das Buch näher anschauen, haben wir nicht nur die Weisheiten und hilfreichen Erklärungen zu den Kaligrafien, wie sie wirken, wie sie vor allem jetzt über die fünf Elemente in unserem Körper wirken, wie wir Emotionen leicht transformieren können, wie wir Gedanken leicht transformieren können, wie wir eigentlich jedes blockierendes Thema, das nicht im Fluss ist, wenn die Gesundheit noch nicht ganz im Fluss ist, oder die Finanzen nicht ganz im Fluss sind, oder die Beziehungen nicht voller Freude sind. Jedes Thema lernt man in diesem Buch selbst zu transformieren. Also wir lernen ganz viel über uns selbst, aber auch eben über Wege der Selbststärkung und Selbstheilung. Der Körper hat allein aus dem DCM-Wissen schon so viel, was er kann, was wir im Westen leider gar nicht so mehr gespeichert hatten im Wissen. Und in dem Buch hören wir dann davon, es gibt eben sechs Kräfte. Es gibt sechs Möglichkeiten, kraftvoll uns zu heilen, uns zu stärken. Und die erste ist die, dass man eine Körperhaltung einlädt. Das kann ja nicht sein, so wie man es gemacht hat, mit der Hand auf unserem Herzen. Die zweite Kraft kann sein, dass wir eine Klangkraft nutzen wollen. Ein Mantra, eine hoch schwingende Silber, ein hoch schwingender Klang, eine hoch schwingende Botschaft, die uns nähert. Wenn wir es jetzt für unser Herz tun wollen, dann ist eines dieser Klänge, eines dieser Mantren, das Mantra A. Also ganz simpel. A und H. Und mit diesem Klang A beginnen wir jetzt, unser Herz zu öffnen, zu reinigen, zu stärken. Und mit diesem A wollen wir jetzt auch ganz viel Licht aus der Kalligrafie übernehmen, und unser Vorständnis, das ist dann die Geisteskraft, die Kraft unserer Visualisierung, dass wir uns Licht vorstellen, wie es aus der Kalligrafie zu uns in unser Herz fließt. Die Seelenkraft haben wir teilweise schon genutzt. Wir haben Allogsack zu unserem Herzen, zu unserem Geist, zu unserer Seele, zur Tau-Kalligrafie. Und dann geht es auch noch um die Atemkraft, dass wir wirklich alles an unserem Potenzial voll ausschöpfen, und somit eben wirklich das größte Potenzial nutzen. Und so atmen wir goldenes Licht ein aus der Tau-Kalligrafie. Und im A-Champen lassen wir es einfach los. Wir lassen alles los, was das Herz so gespeichert hat, was der Geist so gespeichert hat, was gerade, wie auch immer da, im Herzen, um das Herz ist. Also wir atmen ein, goldenes Licht, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Vieh aus dem Lichtfeld einatmen und alles, was uns belastet, warum? Ich werde unbedingt einmal wissen, was es ist. Alles, was im Herzen ist, gespeichert ist, alles negativ, alles Belastende, gehen wir einfach ab, lassen wir los. Aaaaaah 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 Wir können unseren Körper aufspannen, wenn man einen abwandt. Sprich, wirklich so die Brust aufmachen und dann so durchgehen, richtig nach hinten biegen und nach vorgehen wirklich auch so ausstrecken und alles mal loslassen. So auch den Körper mitnehmen in dieser Übung. Aum 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 Da kann nicht ganz viel sein, was wir jetzt loslassen würden. Es können depressive Verstimmung sein, tiefe depressive Muster auch sein in uns, die uns immer wieder runterziehen. Teilweise mit nur ganz kleinen Auslösern im Außen. Alles lassen wir gehen. All die Unruhe, die hin und wieder vielleicht auftaucht. All der Stress, der irgendwo in uns teilweise veranlagt ist oder weniger reagieren. Alles lassen wir los. Vielleicht sind es auch Ängste, die da sind. Alles lassen wir los. Lassen alles gehen. Ja, da sind ganz viele viel Ruhe und Leichtigkeit jetzt in uns kommen. Und alles, was so im Herzen ist, rund um das Herz. Alles lassen wir los. Vielleicht ist es auch eine tiefe Traurigkeit, dass man die aufkommt. Wir lassen zu, dass wir auch so mit unseren Gedanken in die Vergangenheit schweifen. Und in diesem Feld auch lassen wir zu, dass wir noch einmal Deckel aufmachen, die wir eigentlich verschlossen haben. Macht das jetzt sehr bewusst, weil dieses heilsame Feld jetzt sehr stark da ist für uns. Schaut wirklich in diese Lebenssituation noch einmal rein in unsere Vergangenheit, die uns unser Herz belastet haben. Vielleicht in den Beziehungen, wo unser Herz unter Anführungszeichen gebrochen wurde. Dabei ist es wichtig zwischendurch, dass wir das erleben. Nur wenn etwas Risse bekommt und etwas aufbricht, dann kann etwas Neues entstehen und wir entdecken vielleicht ein neues Bewusstsein für uns. Und ein neuer Weg tut sich auf. Das heißt, alles, wo wir irgendwo jetzt in unserer Vergangenheit diese depressiven Zeiten hatten, diese Zustände hatten, wo wir richtig unten waren oder Situationen, wo wir uns richtig schlecht gefühlt waren, die lassen wir jetzt raus. Die lassen wir in dieses Feld raus. Wir halten es nicht gespeichert in unterschiedlichen Gefäßen in uns. Interessant, dass das Wort Blutgefäß bei uns auch kommt. Wir geben wirklich all unsere Blutgefäße frei von all diesen negativen Erinnerungen. Das Verbrängen funktioniert nicht. Auch mit etwas die Zukunft betrifft. Und auch mit etwas die Vergangenheit betrifft. Das Einzige, was wirklich in der Tiefe und auf Dauer langfristig uns gut tut, ist einfach diese Präsenz im Hier und Jetzt, die Bereitschaft, das anzuschauen, was war, was ist. Und einfach, wenn es etwas ist, was schwere Energien trägt, dass man daran arbeitet, dass es transformiert kann. Und das kann mit jeder Erinnerung sein. Mag das Erlebnis in unserer Kindheit, in unseren Beziehungen, im Berufsleben noch so vermeintlich schwer, negativ, belastend gewesen sein. Das Ziel ist es, dass wir alles am Ende als Geschenk des Himmels waren. Dass wir alles ganz normal sehen können. Das Ziel ist, dass wir alles am Ende als Geschenk des Himmels waren. Das nächste Teil der Übung fahren wir die Taukalligrafie nach und wir drücken dabei einen Punkt. Es gibt nämlich jetzt gerade in Bezug auf unseren Geist, auf das Herz, auf die Unruhe, auf die Depression, einen ganz wertvollen Punkt. Nämlich den Shenmen, den Herz-Siebenpunkt. Und dieser Herz-Siebenpunkt ist leicht zu finden. Es fühlt sich da etwas so an der Falte da. Unter dieser Falte, der Gelenksfalte, fühlt sich etwas an wie eine Erbse. Und genau dort auf diese Erbse drücken wir. Das ist der Herz-Sieben-Akupunkturpunkt. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo vielleicht mal kurz Unruhe spüren, Depressionen spüren, auch Ängste spüren und einfach Ruhe in unser Shen, in unser Seele, Herz und Geist bringen wollen, dann kann man dort massieren beginnen. Lieber Herz-Sieben-Akupunkturpunkt. An unseren beiden Handseiten. Leg dir mal den Herz-Meridian, der dann auf die Innenseite des kleinen Fingers geht. Und da die Hände laufen. Wir lieben dich, wir danken dir und wir bitten dich, dass du dich jetzt vollständig öffnest für all das universelle Licht. Wir bitten dich, dass du dich wirklich öffnest für alles, was jetzt kommt. Dass du all die schöne, liebevolle Frequenz der Kalligrafie, der größten bedingungslosen Liebe vollständig aufnehmen kannst. Und damit unseren Herz-Meridian beflutest. Und damit ganz viel Entspannung in unser Shen, in unser Seele, Herz und Geist bringst. Wir sind hier so bergab. Und wir können eins machen, wir können den Punkt halten, massieren. Mal schauen, ob das geht. In dem Fall geht es, wenn ich es mit dem Zeigefinger mache. Und mit diesem leichten Druck auf diese Erbse, also auf den Herz-Sieben-Punkt, beginne ich die Tau-Kalligrafie nachzufragen. Die Tau-Kalligrafie der größten bedingungslosen Liebe, der himmlischen Liebe, der göttlichen Liebe, der Liebe der Quelle. Wir lieben, ehren und wertschätzen dich. Bitte stärke uns. Und lass da ein, diese größte Liebe jetzt, über den Herz, sieben Punkten, in unser ganzes Sein schließen. Herr Shenman, öffne dich vollständig. Nimm die Botschaft der Quelle des Taus auf und lehre uns. Bring Ruhe in unser Herzen. Bring Ausgleich, Entspanntheit in unsere Gedanken. Und Frieden in unsere Seele. Die Zeit kann ich dann auf dem Punkt Losland auch einfach visualisieren, dass dieser Punkt jetzt dieses Lichttor ist, wo jetzt die Kalligrafie ihr Licht hinein sendet. Also das Massieren des Punktes. Und den kann man mit der Zeit dann stoppen, weil wir dann wissen, wo der Punkt ist. Und wir spüren, dass diese beiden Punkte, links und rechts, jetzt ganz viel Licht aufnehmen. Und wir beginnen in diesen Punkten, die sich wie so Erbsen anfühlen, goldenen Lichtkugeln zu visualisieren. Jetzt erst ganz klein, dass eben dieser physische Teil im Handgelenk erstrahlen beginnt. Wie kleine goldene Kugeln da. So kleine goldene Berge. Und die lassen aber immer größer werden. Und wir können beim Mantra bleiben und das wiederholen, dreimal wiederholen. Tief einatmen während wir nachsuchen. Ah. 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 Mit der Zeit fühlt es sich so an, als wäre diese Lichtkugel schon sehr groß. Also bei mir fühlt es sich richtig groß an, so über einer Basketballgröße. Also als würde ich eine große Lichtbasketball jetzt halten, deren Kern der H7, also der Herz-7-Punkt ist, der Herz-7-Punkt nimmt jetzt über dem Herz-Maritan ganz viel von diesem Quellen-Liebe auf. Der Höchsten-Liebe gibt die Kraft, alle Blockaden zu schlafen. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Kugel im Herzen und dann rotiert sie durch unsere Schakren wieder hinunter und die Wirbelsäule wieder hoch. Ein ganz besonderer Heilungskreis. Aya 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 A-Yah, 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 A-Yah. A-Yah, 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 A-Y Aya, Aya, Yo. Aya, Aya, Yo. Aya, Aya, Yo. Aya, 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 Yo. Aya, 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 Yo. Aya, Aya, Yo. Aya, 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 Yo. Aya, 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 Yo. Aya, Aya, Aya. Aya, Aya. Aya, Aya, Aya. Aya, 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 Aya. Aya, 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 Aya. Aya, Aya, Aya. Aya, Aya, Aya. Aya, 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 Aya. Aya, Aya, Aya. Aya, 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 Aya. Aya, Aya, Aya. aus diesem Brustkorbbereich, aus dem Rückenbereich, aus dem ganzen Rücken, atmen wir auf. Deep inhale. Tief einatmen. Dao Bei. Der Name für Tau Rücken. Deep inhale. Dao Back. Deep inhale. Dao Bei. Deep inhale. Dao Back. Deep inhale. Dao Bei. Deep inhale. Dao Back. Dao Back. Deep inhale. Dao Bei. Deep inhale. Deep inhale. Dao Bei. Deep inhale. Dao Bei. Deep inhale. Deep inhale. Dao Bei. Deep inhale. Dao Bei. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Dao Bei. Dao Bei. Dao Bei. Dao Bei. Deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Dao Bei. Deep inhale. Dao Bei. Das versuchen wir jetzt auch in unserem Tempo mit auch einer ganz tiefen inneren Ruhe zu ermöglichen. roduCE aus. ства. спin pitch Aha. Unity Infoat amp프� named 후per lead to the thought ja what I said to do before. ot the fear. Press down to the aim of knowledge you're doing my life and to delictive terror. 2 love from 1080 to f�. uns vielleicht wieder etwas in Unruhe bringen könnte, wir gestärkt sind, wir ein starkes Rückgrat haben, ein himmlisches Rückgrat, ein Rückgrat der Quelle des Universums, das uns nichts mehr erschüttert, dass wir stabil sind. Und das wünschen wir uns von Taubi, diese Stabilität auch im Herzen, im Geist, einfach diese Kraft zu haben, durch die Dinge zu gehen, sie wertschätzend, dankbar, interessiert zu beobachten, aber nicht mehr einzusteigen drauf. Nicht mehr mit Gedanken zu analysieren, zu bewerten, nicht mehr mit Emotionen uns irritieren zu lassen, sondern wir gehen einfach ganz normal weiter. Wozu sollen wir unsere Energien mit solchen Themen verschwenden? Und dazu brauchen wir ein gestärktes Rückgrat und starke Säule in uns. Und so atmen noch kurz ein und aus und bedanken uns bei der Kalligrafie-Taube. Danke für deine Stärkung. Danke, danke, danke. Wir können nachspüren, was hat sich jetzt getan. Fügen wir uns schon leichter, fühlen wir uns gestärkter, fühlen wir uns auch positiver. Und wir wollen dann zum Abschluss jetzt in die Kalligrafie eintauchen, die jetzt diesem Thema auch gewidmet ist und in das Buch eintauchen, das Master Shah uns so liebevoll schenkt, zur Heilung unseres Herzens. Zur Heilung dieser Unruhe, der Anzeiten, die immer mal wieder kommen könnte. Zur Heilung der Depressionen. Und diese Taukalligrafie hat eine enorme Kraft. So, wenn wir uns jetzt genähert haben, geöffnet haben, gereinigt haben, wollen wir jetzt abschließend eintauchen. Jetzt wirklich komplett loslassen. Liebe Taukalligrafie, Tau-Chuan-Yu, Yujiao-Li. Zur Heilung, zur Transformation von Depressionen und Unruhe. Wir lieben, ehren und wertschätzen dich. Bitte unterstütze uns. Bring uns ganz viel Licht und Liebe, ganz viel Ruhe, Gelassenheit in unser Herz. Danke, danke. Wir haben jetzt aus der Kalligrafie. Wir haben alles loslassen. Und ganz aufmachen, wir können uns auch dehnen vorher. Taukalligrafie feel blesses every listener for healing and the transformation of depression and anxiety. Connect with the Bok Tao-Kalligrafie heal and transform depression and anxiety. Use the nose to do deep inhale. when you inhale when you inhale, visualize light from 360 degrees to the heart area, we die it out by speaking heal and transform depression and anxiety. deep inhale. Deep inhale. Heal and transform depression and anxiety. Deep inhale. Heal and transform depression and anxiety. Deep inhale. Heal and Transform Depression and Anxiety 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 DEPRESSION AND TRANSFORM DEPRESSION HEAL AND TRANSFORM DEPRESSION ANDortFORM DEPRESSION WRABEN? HEAL AND TRANSFORM DEPRESSION HEAL AND accurately der Herzraum jetzt enorm lichtdurchflutet ist. Frei ist von allem Alten. Warum kann man reingehen? Alles Vergangenheit. Alles Illusion. Alles Illusion. Wir sind vollkommen frei. Unser Herz ist vollkommen befreit. So wollen wir jetzt zum Abschluss und vielleicht wollt ihr euch auch noch kurz hinlegen oder die Augen schließen. Einfach noch einmal in einen schönen kurzen Blick gehen in unser Herz. Und wie sehr unser Herz jetzt glücklich ist und strahlt, wie sehr auch unser Geist glücklich ist und strahlt, wie sehr auch unsere Seele sich freut, dass da endlich wieder Licht da ist und das Belastende alles weg ist. Wir erkannt haben, dass das alles Illusion ist und die wundervollen Kalligrafien und Übungen uns so schön geheilt haben, gereinigt haben, gefreit haben. Einfach spüren, wie ist das Gehen. Und hier ist jetzt der Weg gehen. Jetzt bin ich mehr Leichtigkeit am Weg. Wenn wir entweder wenn wir sitzen oder stehen, leicht mitschwingen, wenn wir hingelegt haben, dann einfach entspannen. Führen, wie schön es ist, dass der Weg jetzt ab sofort in Leichtigkeit zu erhebt. Ja, gibt es links und rechts Hindernisse nicht normal. Das ist normal. Diese Hindernisse sind ganz, ganz normal. Der Weg ist auch nicht immer flach. Man kann gleich ab, man kann gleich auf. wenn wir so schön verbunden sind in uns, mit unserem Herzen, unser Stähler und auch mit dem Hummel, mit der Quelle, dann ist alles viel, viel leicht. Da müssen wir noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht, sondern wir gehen einfach den Weg. vielleicht mal Abbiegungen, Kurven, Richtungsänderungen. Aber es ist nicht wichtig, dass wir wissen, was dahinter ist. Wir sind ja jetzt da. Jetzt wollen wir es ja erleben und nicht die Illusion des Möglichen oder die Illusion des Vergangenen an den Festhalten. Vielleicht wechselt der Untergrund mal. Vielleicht wird es mal schwierig. Vielleicht muss man neue Wege gehen. Es ist alles okay. Wir sind geführt aus unserer Seele heraus. Wir sind verbunden mit unserer Seele. Wir sind verbunden mit dem Himmel und wissen, dass alles gut ist. Am Ende ist alles gut. Wenn es jetzt noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Noch nicht von mir finde ich auch sehr schön und wunderschön am biblischen Bild. Also wie auch immer der Weg ist, wir können zuversichtlich sein, dass am Ende alles gut ist. Alles schön ist, alles leicht ist, alles voller Freude. Und dass dieser Weg einfach ein Geschenk war, um dann dort anzukommen, wo auch immer wir dann ankommen wollen. Wo auch immer uns der Himmel ist, ich wünsche, dass wir ankommen. Wir können wirklich loslassen von unseren Kontrollzwängern, etwas wissen zu müssen, etwas kontrollieren zu wollen. ganz in dem Plus des Lebens bewegen. Einfach hingeben und trauen, dass der Himmel immer, in jedem Moment gut mit uns meint. Und dass es uns einfach gut gehen darf, mit mehrmahem hier und jetzt in mehr geht es uns noch gut. Einmal auf uns. Es ist hier und jetzt noch kurz genießen. Vielleicht wollt's auch noch in euch reinhören, ob eine Botschaft für euch da ist, die ich jetzt begleiten würde, die nächsten Stunden, die euch das sagt, eure Erkenntnis. Und danke ich allen, die zugeschaut haben, live, allen, die das Video auf YouTube anschaut haben. Habt eine wunderschöne Zeit und Leichtigkeit und ganz viel Freude des Herzens. Ganz viel Liebe im Herzen. Genießt jetzt noch die Zeit, die ein, zwei Minuten jetzt noch, um in euch reinzukommen. Das ist der wertvollste Moment überhaupt. Nicht nach außen zu gehen, sondern nach innen. Alles, alles mit meinem Herzen. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es uns gibt. Danke, dass es all das Schöne gibt, das uns unterstützt, der Himmel und all den Heiligen. Die Tauchhalle klöpfen als Lichtrohre zu quälten. Danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke.